85 von Hans Heinrich Arte aufgezogen bei Frau Dr. Katz den Betrieber in Meisen und die Aufzüchterin erhält einen Gutschang für zwei Personen auf Akzent Hölkchen gegeben von der Familie Sklander und ein Gutschang für Begegnung von der herzlichen Dr. Kurdo und diese sechs beiden Damen und Herren und Sie präsentieren Schreiber und Nachmittag können Sie ihn erwerben 1, 2, 5 von beiden Aus der Kaffee wurde noch einmal in Action und jetzt der 2